ein schädel ein wurf haben wir noch mehr dann gehen wir mal die türen blutige wand da hat sich das schwerst man minimiert kann im füller so können wir dich losschneiden ähm ich musste dich aber wegsperren ich musste dich aber wegsperren was haben wir denn da hinten einen kühlschrank da ist eine weile ja mal da muss ich jetzt mal da schreibe ich mir gerade mal die zahlen auf ich kann hier aber nichts weiter mitmachen oder das war genau die nachricht die auch vorher bei dem eine postkarte ja das war die nachricht die mir der fernseher gesagt hat nämlich so war das hi meine kleine ich lasse mich in mexiko gut gehen ich habe jetzt eine neue familie und da habe ich total vergessen aber das ist aber nicht freundlich ich habe mir auch nur eine sekunde bereut euch lassen zu haben meine mutter war eine ja das nächste mal weiß ich war nicht vor und dich habe ich eh nie wirklich geliebt machs gut ja du hast deine mutter ja das war nicht meine mutter das war ein bisschen ein monster wir sind alle monster zu dir, nicht wir töten sie, Vater nein das kann nicht sein wer ist dein Vater jetzt, Frau bleib von mir ähm darf ich mal in den stift nicht 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 nur für sie das Ähm, ja, was macht denn dann Sinn? Ähm. Okay, das war jetzt merkwürdig. Ja, das ist doch eine gute Einstellung. Äh, was? Oh, ich hätte das schon vor so einer Zeit tun sollen. Es gibt so viele Dinge, die ich dir sage. Du hast hier zwei Brüder und eine Schwester. Sie fragen immer nach dir, ihrer großen Schwester im USA. Dich zu verlassen, weil der größte Fehler, die ich je gemacht habe, die vergibt mir. Kann ich damit noch was machen? Kann ich noch mal in die Tür? Vielleicht da hin? Ja. Kann ich damit noch was machen? Naja. Können wir mit dem Fahrstuhl noch was machen, jetzt? Also können wir dann auch in die drei gehen. Weil ich glaube, hier ist jetzt nichts mehr. Sarg. Sarg. Ein kleiner Kastet ist in den Mitteln des Käse. Mehr Gears, die wegschrauben. Was über das macht mich nicht einfach. Mensch, den Raum hier, das haben wir doch alles schon geträumt von. Ein zerbrochenes Kettengelied. Ein zerbrochenes Kettengelied. Kannst du das kombinieren? Das ist das Kettengelied. Das Aktion ist... Nicht? Also ich finde, das macht Sinn. Okay, ich glaube, hier kommen wir nicht weiter, bis wir das repariert haben. Gehen wir nochmal in die Eins. Vielleicht können wir da jetzt da bei dem Zimmer von der Oma irgendwas machen. Vorhängeschlüssel. Es gibt zwei PAD-Locken hier. Einer braucht einen Kuss. Der andere ist ein Kombination-Lock. Der Code ist hier. Mal sehen. Wir haben die Buchstaben. H war in dem Fall... Vier, glaube ich. I war eins. E ist zwei. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig lese. Ich habe mir hier nur die Buchstaben und die Zahlen mal aufgeschrieben. Und R... Es ist, glaube ich, fünf. Geht doch. Die Tür ist mit einem hohen Kettengel, mit einem PAD-Locken. Kann man das nehmen? Dieses PAD-Locken könnte sinnvoll sein. Ich glaube nicht, dass ich eine Kette selbst für nichts benutze. Jetzt haben wir nämlich das Schloss. Und können wir damit vielleicht die Kette jetzt reparieren? Das würde ich einfach zusammenklemmen. Das soll funktionieren. Perfekt. Es ist nicht örtlich, aber ich kann eine Kette sehen. Die Tiefung. Indentationen. Von Spiken auf der Kette. Eine kleine Kette. Können wir das öffnen? Ich sehe nicht, wie diese Dinge zusammenarbeiten. Okay, wir brauchen irgendetwas anderes. Können wir das ansch... Irgendetwas, um es aufzubrechen. Mit dem Füller kann man... Da kriegen wir das nicht aufgebrochen. Das ist schon mal schlecht. Können wir hier noch was zum Aufbrechen vielleicht? Das Kombination macht keine... Ein kleines Desklampe. Da sind nur Unterschriften drin. Mehr kriegen wir da auch nicht raus. Keine Dialtonne. Wir müssen irgendwie den Herz-Garapios, glaube ich... Können wir in Ebene 2 noch was machen, oder geht das auch nicht? Können wir den damit kombinieren? Schade. Können wir den... Jaja, dass die den aufreiben. Guck doch nach. Kommen wir da... Ja, das war eine gute Frage, was da passiert sein soll. Dann... Gucken wir nochmal in der 3. Weil hier wüsste ich auch nicht, was wir da noch machen sollen. Das können wir, glaube ich, nicht kombinieren, oder? Das Kombination. Können wir den vielleicht mit den Vertiefungen kombinieren? Ha! Jetzt gucken wir mal, ob wir den so aufgebrochen kriegen. Ein Schlüssel! Ist der Schlüssel hier für den Sarg. Ähm... Do you see? Do you see? I don't want to see. Do you see? Yes, kid, I see. Ähm... Do you know who I am now? I don't like this. I want to go home. You'll never go home. We won't let you. When you threw me away, this place took me in. Nurtured me. Do you regret what you did? Ähm... Do you regret what you did? I wish things could have been different. But I can't change the past. It's time for me to let you go. Joa... Wer bist du denn? Good. The heart must be pure. This is a fleeting moment, but I've seen what comes ahead. Who are you? Das wüsse ich aber auch gerne mal. Lily? I feel like I know her, but something cracks inside. I don't understand any of this. What do you want from me? Only what you want from yourself. Nothing more, nothing less. We are near the end. He's ready to go home. Who is it? You know who, Kathy. Then we'll see the key. Can we do something else? The basket is empty. So we can't do anything else. It looks like Lily's... Now it's all just normal. Can we do something else to do with the 2? Can we do something else to do with the 2? I'll see you next time. Before we go with the key. I'll see you next time.